Hallo und herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von programmieren-staaten.de. Mein Name ist Janek Brün und heute möchte ich mal eine Frage aus unserer Programmieren-Staaten-Premium-Community beantworten, in Form von einem öffentlichen Video hier, denn ich finde, das ist eine sehr, sehr gute Frage und auf diese möchte ich einfach eingehen, damit auch alle auf dem YouTube-Kanal hier etwas von der Antwort haben. Es geht dabei nämlich um ein sehr grundlegendes und wichtiges Thema, welches man als C-Sharp-Programmiereinsteiger kennen sollte und verstehen sollte und deswegen gucken wir uns das jetzt einfach mal an. Lesen wir uns doch die Frage einfach mal durch. Cast-Operator vs. Convert-to-Methoden Hi, ich denke, dass es sich hier um eine wirklich billige Frage handelt, aber bevor sich irgendein Schrott bei mir einbürgert, wollte ich fragen. Mein aktueller Kenntnisstand ist bei Modul 9 anzusiedeln. Da bezieht er sich übrigens auf den C-Sharp-Programmieren-Masterkurs. Gibt es einen nennenswerten Unterschied zwischen der Nutzung des Cast-Operators, z.B. wenn man einen Integer castet, und der Methode convert-to, z.B. int32? Ich hoffe, dass ich mit so einfachen Fragen nicht die Community-Funktion missbrauche, in Anführungszeichen, und vielen Dank im Voraus. Also zuerst einmal, natürlich missbrauchst du die Community-Funktion mit dieser Frage nicht. Genau für solche Fragen ist die Community da und eine billige Frage ist das auch nicht. Das ist wie gesagt eine gute Frage, und sowas wie dumme Fragen gibt es meiner Meinung nach sowieso nicht. Es gibt nur blöde Antworten. Also, wollen wir mal hier auf diese Frage genauer eingehen. Schauen wir uns doch nochmal im Schnelldurchlauf an, wie das Konvertieren von Datentypen in C-Sharp überhaupt funktioniert. Einfach mal im Schnelldurchlauf. Auf die Frage selbst gehe ich an dem Zeitstempel ein, den du gerade eingeblendet siehst. Wenn du also schon weißt, wie man konvertiert, dann kannst du da direkt hinspringen. Es gibt ja drei verschiedene Arten der Typenkonvertierung in C-Sharp. Es gibt da einmal die sogenannte implizite Konvertierung. Dann gibt es die sogenannte explizite Konvertierung. Und dann gibt es noch die Konvertierung mithilfe von Hilfsklassen, z.B. der Convert-Klasse. Die implizite Konvertierung ist dabei die einfachste, denn diese erfolgt vollkommen automatisch. Zum Beispiel haben wir hier einen Integer-Zahl1 und wir haben einen Float namens Zahl2. Und es ist hier überhaupt kein Problem, diesen Integer-Zahl1 in den Float Zahl2 zu schreiben, denn hier ist eine implizite Konvertierung möglich. Warum ist das so? Naja, ganz einfach deswegen, weil hier von einem Integer zu einem Float kein Datenverlust stattfinden kann. Ein Integer passt in einen Float locker rein und da gibt es keine Probleme. Umgekehrt würde es aber Probleme geben. Drehen wir den Spieß also einfach mal um, machen wir hier aus unserem Integer einen Float und machen wir aus diesem Float einen Integer und dann stellen wir fest, bekommen wir hier eine Fehlermeldung. Und wenn wir hier drüber hovern, dann sehen wir auch, der Typ Float kann nicht implizit in Int konvertiert werden. Und warum ist das so? Naja, ganz einfach, der Float kann ja auch Nachkommastellen beinhalten. Der Float hat eine hohe Reichweite, also einen hohen Wertebereich. Und diese ganzen Informationen können in einen Integer gar nicht reingespeichert werden. Sprich, versuchen wir diesen Float mit all diesen Informationen in einen Integer reinzuschreiben, naja, dann kommt es zum Datenverlust. Und deswegen erlaubt C-Sharp uns diese Konvertierung hier nicht. Die implizite Konvertierung, also die, die komplett automatisch funktioniert, die klappt nur dann, wenn bei einer Konvertierung von dem einen in den anderen Datentyp auch ein Datenverlust ausgeschlossen werden kann. Das ist also die implizite Konvertierung. Sehr, sehr einfache Geschichte. Jetzt kommen wir mal zur expliziten Konvertierung. Die explizite Konvertierung heißt deswegen explizite Konvertierung, weil wir wirklich selber explizit im Code angeben müssen, dass wir einen Wert konvertieren möchten. Das wird also nicht automatisch gemacht, sondern wir müssen es wirklich hier forcieren. Mal ein kleines Beispiel. Wir haben ja gerade eben schon bei der impliziten Konvertierung gesehen, dass man nicht automatisch hier einfach einen Float in einen Integer konvertieren kann, denn es kann hierbei zu Datenverlust kommen. Jetzt sehen wir aber, dass man in diesem spezifischen Fall, bei diesem Float Zahl 1, welcher nur den Wert 100 beinhaltet, dass man diesen Wert 100 ja eigentlich schon in einen Integer unterbringen könnte. Und wenn man das sieht und man auch wirklich diesen Wert dann konvertieren möchte, in einen Integer jetzt in diesem Fall, dann kann man das auch machen, man muss es aber explizit im Code angeben, und zwar mit Hilfe des sogenannten Cast-Operators. Der Cast-Operator, den schreibt man einfach vor den Wert, den man konvertieren möchte, zum Beispiel hier jetzt vor die Zahl 1. Der sieht einfach folgendermaßen aus. Wir schreiben da einfach ein Klammerpaar, und in das Klammerpaar schreiben wir den Datentyp, in dem wir eben das, was danach kommt, konvertieren möchten. In diesem Fall sagen wir jetzt, wir wollen Zahl 1, was ja eigentlich ein Float ist, in einen Integer konvertieren. Und hier könnte es jetzt zu Datenverlusten kommen, das nehmen wir aber in Kauf. Natürlich, die 100, die könnte man in den Integer rein speichern. Aber wenn wir jetzt hier zum Beispiel auch Nachkommastellen hätten, dann würden diese verloren gehen bei dieser Konvertierung. Und deswegen muss man das auch explizit angeben in C-Sharp, damit da keine bösen Überraschungen kommen. Hier geben wir das explizit an und nehmen den Datenverlust in Kauf. Und das ist im Grunde die explizite Konvertierung mit dem Cast-Operator. In diesem Fall hier siehst du ja, wir haben bei diesem Float Zahl 1 hier auch Nachkommastellen und versuchen dann diesen Float in einen Integer zu casten. Und naja, wir wissen ja, eigentlich sollte das nicht funktionieren. Sprich, wenn wir jetzt hier einen Console-Write-Line machen und Zahl 2 einfach mal ausgeben lassen, dann sehen wir, dass diese Nachkommastellen einfach weggeschnitten wurden. Und vielleicht haben wir das auch gar nicht mitbekommen und merken das gar nicht, und dann kommt es zu falschen Ergebnissen. Also es ist ganz wichtig, dass man hier wirklich diesen Cast-Operator nur nutzt, wenn man auch weiß, dass diese eine Sache auch wirklich diese Sache ist, in die wir es casten wollen. So, und jetzt gibt es dann noch die Konvertierung mit sogenannten Hilfsklassen, zum Beispiel ganz prominent der Convert-Klasse. Diese benutzen wir auch sehr, sehr häufig, wenn wir programmieren mit C-Sharp. Und das möchte ich dir jetzt auch mal ganz kurz zeigen. Die Convert-Klasse ist im Grunde einfach dazu da, um, wie der Name es schon sagt, einen Wert in einen anderen Datentypen, um zu konvertieren. Mal hier ein kleines Beispiel. Nehmen wir mal an, wir wollen ein Programm wie dieses hier schreiben. Wir haben hier einfach eine Konsolenausgabe, die sagt, dass wir unser Alter eingeben sollen. Und dann haben wir hier eben eine Integer-Variable namens Alter, wo das Alter dann reingespeichert werden soll. Und welches Alter soll hier reingeschrieben werden? Dann, naja, das, das wir eben eingegeben haben mit Console-Readline, lesen wir das dann eben, was in der Konsole dann reingeschrieben wird vom Benutzer. Und du siehst hier schon, wir bekommen hier einen Fehler. Dazu komme ich gleich noch. Aber am Ende sagen wir dann einfach, okay, wenn das Alter, das eingegeben wurde, größer oder gleich 18 ist, dann sind wir volljährig. Und wenn nicht, dann sind wir minderjährig. So, jetzt kommen wir mal hier zu diesem Fehler. Warum funktioniert das nicht? Naja, weil wir mit Console-Readline einen String zurückgegeben bekommen. Und einen String, den können wir hier nicht einfach in diese Integer-Variable Alter rein speichern. Das sind ja komplett unterschiedliche Arten von Daten, ein String und ein Integer. Und jetzt gibt es eben diese Convert-Klasse, die eine Methode beinhaltet, mit welcher man zum Beispiel einen String in einen Integer konvertieren kann. Und das möchte ich dir jetzt einfach mal zeigen, wie das funktioniert. Wir löschen mal hier das Console-Readline und sagen, dass wir hier jetzt einen Wert erstmal konvertieren wollen mit der Convert-Klasse. Auf der Convert-Klasse rufen wir die toInt32-Methode auf, also toInt32. Damit kann man das, was jetzt eben hier zwischen den Klammern folgt, in einen 32-Bit-Integer konvertieren. Und hier geben wir jetzt einfach an, was wir in der Konsole eben gelesen haben. Also das, was in Console-Readline eben zurückgegeben wird. Und mit dieser Convert-Klasse und der toInt32-Methode können wir diesen String, der hier gelesen wird jetzt eben, in die Variable Alter vom Typ Integer rein speichern. Und wenn wir das Ganze dann mal starten, dann sehen wir, gebe dein Alter ein. Ich gebe hier jetzt einfach mal 15 ein. So, und dann steht da minderjährig. Jetzt hat diese Convert-Klasse natürlich nicht nur die Methode toInt32, sondern wenn wir hier einfach mal to schreiben, dann sehen wir, dass es da noch einige andere Konvertierungsmethoden gibt. Zum Beispiel toBase64Charray, toBase64String, toBoolean, toByte, toChar, toDatetime, toDecimal und, und, und. Also wir können damit ganz schön viele Konvertierungsoperationen durchführen mit. Ja, und wir lassen es einfach mal beim toInt32 für diesen Fall. Aber du siehst, mit dieser Klasse kann man schon einiges machen. So, und jetzt war ja die Frage, die in unserer Premium-Community gestellt wurde, die wurde nun der Unterschied liegt zwischen dem Cast-Operator und der Convert-Klasse. Und darauf möchte ich jetzt hier anhand von einem einfachen Beispiel mal eingehen. Zuerst einmal ist es meiner Meinung nach ganz wichtig zu verstehen, dass zwei komplett unterschiedliche Dinge passieren, je nachdem, ob wir einen Typ casten oder einen Typ konvertieren mit der Convert-Klasse zum Beispiel. Wenn wir jetzt zum Beispiel hier mal einen String erstellen, den nennen wir einfach mal str, und da schreiben wir jetzt die Zahl 2022 rein. Und wir dann einen Integer erstellen, den nennen wir einfach mal Zahl, und da wollen wir jetzt eben diesen Wert reincasten, indem wir hier sagen, okay, wir casten diesen String zu einem Integer, dann sehen wir, dass das nicht funktioniert. Denn was passiert denn eigentlich beim Casten genau? Naja, ganz einfach, beim Casten sagen wir dem Compiler, hör mal, ich möchte, dass du diesen Wert hier jetzt, diese Sache, behandelst, als wäre es diese Sache. Du, also der Compiler, merkst zwar gerade nicht, dass ich diesen Wert hier jetzt zum Beispiel ganz einfach in diesen Typ hier umwandeln könnte, und das noch dasselbe wäre, aber vertrau mir, wir machen das jetzt einfach mal. Ich meine, klar, in diesem Beispiel hier trifft das nicht zu, aber in solchen Szenarien nutzt man eben den Cast-Operator. Und da sehen wir jetzt auch hier, dass wir hier einen Fehler bekommen, denn diese Sache, ein String, ist etwas völlig anderes als eine Zahl, wie zum Beispiel ein Integer. Natürlich haben wir jetzt hier eine Zahl in diesen String reingeschrieben, aber das ist intern etwas völlig anderes als jetzt wirklich eine Zahl. Das sind hier ja einfach nur Zeichen, die wir aneinander gekettet haben, während eine Zahl intern ganz anders dargestellt wird. Und entsprechend kann das hier in diesem Fall auch gar nicht funktionieren. Wir können jetzt diesen String nicht zu einem Integer casten. In diesem Fall müssen wir also eine Convert-Methode benutzen. Damit dieses Beispiel hier also funktioniert, müssen wir hier zum Beispiel sagen, int-Zahl ist gleich Convert to int 32 und dann eben den String konvertieren. Und ja, jetzt fragen wir uns natürlich, was passiert denn jetzt anders, wenn wir eben die Convert-Methode benutzen, anstatt den Cast-Operator. Wir haben ja gerade eben gelernt, beim Cast-Operator ist es ja so, dass der Wert hier eben behandelt wird einfach, als wäre er von einem anderen Typen. Es ist aber immer noch derselbe Wert und es kann zu Datenverlust kommen, aber wir haben immer noch denselben Wert, der einfach nur behandelt wird, als wäre er von einem anderen Typen. Aber was passiert denn jetzt beim Converten hier mit der Convert-Klasse? Tatsächlich etwas komplett anderes. In den Methoden der Convert-Klasse wird der Wert, den wir eben als Parameter übergeben, wirklich komplett zu einem neuen Wert umgebaut. Es wird also ein neuer Wert wirklich erzeugt, ein neues Objekt. Und da wird dann auch zum Beispiel etwas formatiert, unter Umständen wird gerundet und, und, und. Und dieses neue Objekt, das dabei eben erzeugt wurde, wird dann auch zurückgegeben und das ist dann eben von dem Typ, in den wir es eben konvertieren wollten, diesen Parameter eben. Wir haben hier zum Beispiel gesagt, wir wollen diesen String in Int32 konvertieren, sprich, hier wird bei diesem Aufruf eben auch ein Int32 zurückgegeben und den können wir dann in Zahl reinschreiben. Sprich, beim Casten behandeln wir einen Wert, als wäre er von einem anderen Datentypen. Es ist aber immer noch derselbe Wert. Beim Nutzen der Convert-Klasse wird wirklich ein komplett neuer Wert gebaut, unter Umständen wird wie gesagt noch formatiert und, und, und. Und dann wird eben dieser neue Wert von diesem anderen Datentyp zurückgegeben. Und dass hier wirklich intern komplett unterschiedliche Dinge passieren, möchte ich dir jetzt an einem einfachen und verblüffenden Beispiel auch nochmal genauer zeigen. Was glaubst du denn, was hier passiert? Wir haben hier einen Float, den haben wir Zahl genannt und der Float ist eben einfach ein Wert von 0,8. Und jetzt haben wir hier zwei Integer-Variablen, nämlich einmal die Variable Cast, in welcher dieser Wert von Zahl einfach als ein Integer reingecastet wird, mit dem Cast-Operator. Und dann haben wir hier noch einen weiteren Integer, den haben wir Convert genannt und hier nutzen wir für die Konvertierung eben die Convert-Klasse und die darin enthaltene ToInt32-Methode. Auf dem ersten Blick passiert hier ein und dieselbe Sache. Beim Casten denken wir, okay, wir haben hier jetzt eben dieses 0,8f, also dieses 0,8 einfach, und wandeln es in ein Integer um. Da sollte ja 0 rauskommen, weil es wird dann eben hier diese Information über die Nachkommastellen verloren, denn das ist ein Integer, der kann diese gar nicht beinhalten. Aber beim anderen Integer, Convert, sollte ja eigentlich im Grunde dasselbe passieren, denn das ist auch ein Integer und wir wollen in den Integer hier auch konvertieren, sprich, es sollten einfach diese Nachkommastellen wegfallen. Dann geben wir jetzt eben hier mal einmal Cast und einmal Convert aus und wir sind überrascht, wir haben hier zwei unterschiedliche Werte. Bei dem Wert von Cast ist genau das passiert, was wir uns gedacht haben. Es ist einfach die Nachkommastelle weggeschnitten worden und wir haben dann eben hier den Wert 0. Bei dem Aufruf der Convert-Methode, also ConvertToInt32, da wurde jetzt aber hier nicht einfach nur die Nachkommastelle abgeschnitten, sondern es wurde auf den nächsten Integer aufgerundet. Sprich, hier sind auch intern unterschiedliche Dinge passiert, die eben dafür gesorgt haben, dass wir hier jetzt einen anderen Wert haben. Und das ist eben ganz, ganz wichtig, dass man das versteht. Beim Casten und beim Convertieren passieren zwei wirklich unterschiedliche Dinge. Jetzt bleibt nur noch die Frage, wann verwende ich jetzt den Cast-Operator und wann sollte ich auf die Convert-Methoden zurückgreifen? Und meine Antwort darauf lautet, wenn immer ihr die Möglichkeit habt, für eure bestimmte Operation, die ihr durchführen wollt, die Convert-Methoden zu benutzen aus der Convert-Klasse, dann nutzt die. Denn a ist es meiner Meinung nach leserlicher und b können diese euch auch eine Exception schmeißen, wenn zum Beispiel folgendes Szenario passiert. Du siehst, wir haben hier einen Integer namens große Zahl. Da habe ich den Wert 255 reingeschrieben. Das ist der höchste Wert, den man in eine Variable vom Typ Byte reinschreiben kann. Und dann habe ich hier eben noch einen Byte namens kleine Zahl. Und da möchte ich jetzt eben große Zahl reinspeichern. Zuerst einmal, also implizit funktioniert das nicht. Also automatisch konvertieren kann man das nicht, denn es könnte ja sein, dass wir hier einen Datenverlust haben. Denn ein Byte kann nicht so große Zahlen speichern wie ein Integer. Und wir wissen jetzt natürlich, dass 255 in einen Byte noch reinpasst. Sprich, wir können hier jetzt einfach sagen, dass wir diesen Wert zu einem Byte casten. Und was passiert dann, wenn wir das ausführen? Genau, dann sehen wir hier den Wert 255, wenn wir eben kleine Zahl hier dann ausgeben lassen, also den Byte. Was passiert jetzt aber, wenn wir in diesem Fall jetzt nicht die Zahl 255 hier zuweisen möchten, sondern zum Beispiel die Zahl 258? Das ist ja über dem Limit von Byte. Bekommen wir jetzt eine Exception ausgegeben? Oder was passiert hier jetzt? Nope, wir bekommen die Zahl 2 ausgegeben. Denn wir haben jetzt hier einen Overflow, aber wir bekommen hier auch keinen Fehler ausgegeben. Und wenn wir das nicht erkennen würden, dann wäre das ziemlich ärgerlich, denn dann könnte es, wie gesagt, zu falschen Ergebnissen in unserem Programm kommen. Und deswegen sollte man meiner Meinung nach jetzt eben die Convert-Methode bei solchen Konvertierungen zwischen Basisdatentypen, also nicht Basisdatentypen, aber zwischen den Konvertierungen der primitiven Datentypen nutzen. Denn wenn wir jetzt hier zum Beispiel sagen, wir machen keinen Cast, sondern Convert to Byte und dann eben große Zahl und das dann ausführen, dann bekommen wir tatsächlich eine Exception geschmissen, eine Overflow-Exception. Und diese könnten wir dann auch noch catchen und ja, dann eben diese noch verarbeiten. Und natürlich gibt es auch Szenarien, in denen wir diese Convert-Methoden hier nicht verwenden können, wenn wir zum Beispiel mit Datentypen von eigenen Klassen arbeiten und wenn wir zum Beispiel von dem Typ Object in irgendeinen anderen Typ casten möchten. Also dann müssen wir auf den Cast-Operator zurückgreifen, aber wie ich es bereits angemerkt habe, wenn wir die Möglichkeit haben, die Convert-Methoden zu benutzen, dann sollten wir das auch tun. Weil A, schmeißen diese in bestimmten Fällen dann eben auch Exceptions, was ein bisschen einfacher ist zu debuggen und B, ist das meiner Meinung nach auch leserlicher. Genau, in diesem Sinne hoffe ich, dass die Frage beantwortet wurde. Wenn ihr noch weitere Fragen zu diesem Thema habt, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Falls ihr auch Zugriff zu unserem Forum haben möchtet, in welchem diese Frage hier ursprünglich gestellt wurde, dann guckt mal in die Videobeschreibung, denn da befindet sich ein Link zu unserer Programmieren, starten Premium-Mitgliedschaft und in dieser ist eben auch der Zugriff zu unserem Forum enthalten. Die Programmieren, starten Premium-Mitgliedschaft enthält jetzt aber nicht nur den Zugriff zum Forum, sondern mit dieser habt ihr auch Zugriff zu all unseren Masterkursen für die Programmiersprachen C-Sharp, Java und Python und natürlich auch zu allen Folge-Masterkursen zu diesen Sprachen. Und ja, das ist auf jeden Fall eine ganze, ganze Menge an Content, mit dem ihr diese Programmiersprachen lernen könnt. Und auch alle zukünftigen Kurse, die wir releasen, zum Beispiel auch der Unity-Masterkurs, der bald rauskommt, der ist auch in dieser Premium-Mitgliedschaft mit enthalten. Also schaut euch das unbedingt mal an. Ein Link dazu ist in der Videobeschreibung und in diesem Sinne würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert doch diesen Kanal und lasst einen Daumen nach oben da. Würde uns unterstützen und mich auch sehr freuen. Und ja, wir sehen uns dann, wie gesagt, beim nächsten Mal wieder. In diesem Sinne verabschiede ich mich und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Auf Wiedersehen.